Einen wunderschönen guten hallo meine lieben und kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Staffelfolge Was auch immer mit Flocke at Coltra Was? Was? Hi Hi Das war die Glocke Das war die Glocke von der Flocke Das war der Gong Das war die Glocke von Flocke Nein, nein Aber guck, wir haben hier einen Freund Hallo Freund Hier ist ein Blast Furnace Ja Das ist sehr gut Weil es gibt Leute, die kommen hier rein und die müssen dann hier so Jetzt bin ich Blacksmith Da kriegen wir theoretisch die Möglichkeit, irgendwann Kohle einzutauschen, auch nicht schlecht Oh, Bücher Ja Ich bin nur noch hier, ob wir noch einmal überlegen, ob wir die überhaupt schon abbauen sollten Die Bücher dort Nee, wir lassen die Wenn wir vielleicht vorher sogar Wir können keinen Sicktouch haben, bevor wir nicht verzaubern können, Katze Du hast ein bisschen richtiger Brain Ja So Hier ist auch Bambus übrigens Melonius und alles Hey, die Villager verteidigen sich selber mit Bambus, das ist ja witzig Oder warst du das? Das mache ich gerade Ich trifze gerade beim Bambus Achso Ich dachte schon, die Villager machen das Ich war verwirrt Nee, noch nie Von der Intelligenz der Villager Achso Nein, nein, das ist die Intelligenz der Katze Ähm Weiß es, dein Job ist mir egal Was ist dein Job? A city place? Farming oder was? Ja Ach nee Das ist aber nicht mein Job Das ist der Job von anderen Leuten Das mache ich so zwischendrin eigentlich immer Floke Ja? Wo bist du? Am Feld, oder? Ja Jetzt komme ich gerade wieder zurück Wo bist du? Baby Pferd Was ist so das? Bei Baby Pferde? Miniatur Lassern genannt Oh Ähm Frage ist Willst du gerade lieber Holz abbauen oder Farmen gehen? Also meinen gehen Ähm Ich würde Holz abbauen Okay Oh, ich habe dir das schwer zugeworfen Du hast es nicht aufgesammelt Nee, du hast es wieder aufgesammelt Ich habe es dir jetzt gegeben Das müsste jetzt in deinem Inf sein Ähm, okay Das bedeutet, ich mache dann den Teil Dann ganz kurz Hier Melonus Können wir auch im Laufe der Zeit anpflanzen Wir müssen nur gerade irgendwo finden, wo Wasser ist Dann können wir da theoretisch auch schon mal anfangen Melonen anzupflanzen Ähm Ich bin gerade Äh, jetzt Ich dachte gerade Mein Saturation-Effekt ist irgendwie Gerade hat es geleckt Gerade hat es geleckt Kurzzeitig Kurzzeitig, ja Das ist natürlich Vielleicht lag es aber auch an mir Hallo Jetzt ist es auf jeden Fall Jetzt bekomme ich auf jeden Fall Hunger Dadurch, dass ich so viel Äh, wir hatten eine volle Saturation-Anzeige Deswegen, bevor ihr euch wundert Ähm, das Gute ist Wir haben hier so viel Heu Theoretisch Kannst du fast Heureka sagen Kürbisse, Pilze Ich bin im Himmel Was? Pilze? Ja, Kürbisse und Pilze Ach, im Biom dort Das Bisch ist du Ja Ich laufe jetzt mal rum und Meine Frage ist Wir haben doch bestimmt schon irgendwo einen Farm Äh, hier ist eine supergeile Mine Komm mal hier hin Eine supergeile Mine? Jo Eine Höhle, meinst du? Äh, ja eine Höhle Äh, sofort Ich gucke ganz kurz, ob sich schon ein Farmer entwickelt hat Hier oben Okay Äh, sofort Der hat sich schon ein Farmer entwickelt Wenn wir den absoluten Jackpot haben Hatte der Kauft der Weed an Tut er nicht Er kauft nur Beatrice an Aber das ist in Ordnung Weil die können wir auch farmen Beatrice können wir auch anfarmen Das ist nicht das Problem Wir bauen mal alles ab Und dann gucken wir, was er am liebsten von uns nimmt Und dann bauen wir nur noch das an Damit wir den schon währenddessen leveln können Dadurch leveln wir nämlich unser Level Auch gleichzeitig Also Das ist alles, was wir in Beatrice Seeds hatten Ich hab noch ein Beatrice Okay, dann nehmen wir als zweite Sache Die wir momentan anbauen können Karotten Hier in die Ecke Und dann würde ich sagen Würden wir hier auch noch Melonen anpflanzen Eins, zwei, drei Ich hab auch noch ein paar Melonen Ja Ähm Sammeln tut Er hat auch Sachen nachgepflanzt jetzt Das sind Potatoes, die er nachpflanzt Was soll das? Ich hab nicht gesagt, dass du das tun darfst Jetzt darfst du Potatoes nachpflanzen Ich muss das Feld gerade umorganisieren Das ist sonst Ähm Ärgert mich das Müssen den Villager irgendwann hier aussperren Der macht zu viel Arbeit Ähm Das ist, dann machst du irgendwas Und dann ist er auf einmal wieder da Haben wir hier irgendwo eine Kirche eigentlich? Das ist so Wir sind so gut! Was denn? Haben wir einen Kleriker schon? Wir haben eine Kirche mit einem Brewing Stand Wir müssen also für die ersten Sachen theoretisch nur in den Neta Wenn wir auch wirklich brauen wollen Brauen So, ich komme jetzt in deine Richtung gelaufen Ich baue vorher ein paar Brote für uns Ja Aus dem Weed, das wir hier rumliegen haben Bedeutet hiervon mal ein Stück Und hiervon mal ein Stück Dann haben wir 33 Brote Dann kriegt Flocke 17 Ich krieg 16 Ähm So Flocke war Richtung Dschungel gelaufen Rechts, ja Rechts Da können wir auch theoretisch Da bist du Hier, hallo Genau Hier unten drunter war direkt so ein Oh Da kommt ein Zombie auf dich zugelaufen Ja, ich seh's grad Hier sind die Brote hinter dir Ich hab ihn mit meiner Macht getötet Danke Also hier unten drunter direkt Weil da war sofort Eisen vorne Ja Eisen und Kohle Ist wahrscheinlich gar nicht schlecht So was ist für den Anfang gerade gut Weil wir ja noch nichts zum Ausleuchten haben Genau Das Wagen Ronald Reagan Was nehmen wir uns denn mal für ein Folgenziel? Wann wir den Enderdragon Ähm Du meinst die Folgenanzahl? Ja, genau Ähm Sollen wir mal einfach so ein Folgenziel machen Und dann vielleicht die Leute nennen In die Kommentare schreiben Lassen wir uns die glauben Wie lange wir brauchen Wir können für uns eins machen Dass wir den Leuten nicht verraten Ja Und dann können die das sagen Und dann gucken wir Ob irgendjemand aus den Kommentaren recht hat Ja Oder ob wir auch recht hatten So Wir brauchen aber theoretisch Einen Treuhänder Wir brauchen einen Treuhänder Für unsere Zahl Die wir nennen Sollen wir die vielleicht Flo oder Noss sagen? Das Problem ist Da würden die Leute sagen Die sind parteiisch Wir müssen die einem anderen YouTuber sagen Was ist mit Spark? Wir könnten das Sparky sagen Theoretisch Wir könnten Sparky sagen Wir könnten Sparky Die Folgenzahl Die wir predicten Sagen Jeder Und dann Kann Sparky am Ende sagen Wer recht hatte Und wer nicht Ja Very good Very good idea Dann machen wir das Yes Das ist ein wenig Eisen Mal ganz kurz Den Teil zumachen Indem wir so machen Ich sag dir schon mal Eventuell machst du dich langsam auf den Weg Also du solltest nicht zu nah Zu weit reingehen Weil es wird langsam dunkel Wir sollten einmal schlafen Weil Phantomen Yes Ich ergebe recht Das könnte problematisch sein Ja gut Phantome sind ja aber auch nicht das Problem Solange wir übers offene Feld ran Entschuldigung Wir wohnen hier Du Arsch Äh ja Ich mit den zwei Wir sollten das erste was wir machen sollten Wir werden ein paar Betten mehr machen Weil irgendwann werden uns die Betten ausgehen Dann also doch Schafis Äh ja aber Wir haben jetzt gleich Eisen Das bedeutet wir müssen sie nicht töten Dann können wir sie als Dann geh ich in ein anderes Haus schlafen Du nimmst das was wir hatten Ich hab da hinten noch ein Bett gefunden Glaub ich Können wir gerne machen Wer in der Village jetzt nicht hier drin ist Nein Oh Ist das mein Haus Ich geh auch schon mal schlafen Sweet dreams are made of these To disagree I travel the world and the seven seas Meets a girl So eine Eisen nehme ich noch mit Damit wir Mindestdienst sammeln Eine weitere Eisen Sehr schön Ich geh mir jetzt zurück Erlauben Mademoiselle Ich laufe Was heißt Mademoiselle Ist das einfach nur Frau Oh nein Heißt Mademoiselle Madame ist Frau Und Oh nein Passt Bloß keine falschen Wörter In anderen Sprachen verwenden Wenn dann im deutschen Raum Falsche Wörter Für die richtigen Dinge Ich bin immer super Super Huhn Super Huhn Hallo Lasagne Wie geht's dir? Jedes Pferd bei uns heißt Lasagne Übrigens Nur dass du es weißt Das ist okay Das ist Oh ja Das ist der Blastfirmus Der ist nicht so geil Das ist die Kirche Ich schlaf nicht in der Kirche Nicht seit damals So Geht das eventuellen Schritt zu weit? Vielleicht Ich bin kein Da sind zwei Villager drin Oh warte mal Das ist aber gut Dass ich das gerade sehe Binnie Nicht nur eine So Monster Hunter Ähm Da war gerade einer Der hat einen Ja Es ist wirklich nicht schlecht Der hat gerade einer Ein Villager versorgt Versorgt Versucht Zu jagen Hilfe Ich dachte Das war die Spinne Gut doch Komm Jetzt such dir Jetzt ist sie Glaubst du was ich mache? Bausperrvertrag Verkauf Ja das ist Und in der Kirche Ist kein Bett Dann kloppt doch die Schafe Und mach dir schnell eins Nein Ich bin Vegetarier Oh Ihr seid viele Spinnis Es ist eine Ich bin Meine Augen sind plural Hast du Spinn-Augen? Okay bin tot Bin tot Sein Ernst Ein Hit bekommen von der Spinne Bin tot Bin tot Halt auf das Pferd anzugucken Ihr tut so als würdet ihr das fressen wollen Ist meine Aufgabe Wer aus den Flocken nicht hinguckt Ich weiß ja warum ich nicht parallel aufnehme Meine Folge wäre sehr langweilig Ich liege seit 5 Minuten im Bett und warte Ja Und ich bin fast tot Ich finde nämlich kein Bett Ich finde halt kein Bett Mann Das ist Ich kann theoretisch Ich habe dir doch so früh schon gesagt Du sollst rauskommen aus der Mine Ey ist doch alles chillig Es ist ja alles gut Chill Kein Ding Da mache ich halt hardcore weiter Kein Ding Ja kein Problem Läuft alles bei dir dann Das ist unglaublich Ich komme hierher mit der Intention Dass ich einem von euch das Bett stehlen werde Okay Nur dass ihr es wisst Und jetzt komme ich hier rein Es liegen hier drei Leute Auf zwei Betten so gefühlt Ich baue dir jetzt das Bett ab Kollege Und lege mich da jetzt rein Mein Bett Amanakoy Aber hast du das nicht schon eher gemacht? Ich dachte ich bin da unhöflich Aber das ist Da steht übrigens das Bett jetzt irgendwie Guckt nicht alle so vor wo es voll Ist nicht so als hätte der jetzt die ganze Nacht stehen müssen Hallo? Ich gucke Ne jetzt ist Flocke du musst mir helfen Ich werde von drei Männern belästigt Hilf mir Warte wo bist du denn? Ich bin in unserem Haus Das ist Ich werde von drei Männern belästigt Und einem Brolem Ja Hilf mir Fuck Creeper nimm dir Warum läufst du Richtung Creeper? Hallo Creeper Wie geht's dir? Na pute macht Bin fein Achso Äh hier Ähm Ja Ofen Nice Sehr gut Und ich hab das auch schon richtig abgezählt Kollege Es tut mir leid Ich kann da auch nichts für Dass er in deinem Bett geschlafen hat Jetzt hau ab Ey das war sogar der richtige Ähm Der Blacksmith hier Was hast du im Angebot? Vier Emeralds für irgendwas Die sind ja auch in Akku am Tag Bin dann hier Hallo kleine Spinni Willst du mir deine Strings geben? Ja stimmt Willst du mir deine Strings geben? Ah Creeper Shit 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 Kein guter Moment für den Lack Äh die Spinne ist jetzt Akku auf dich Oh fuck War nur die ne? Correct Korrekt Korrekt Nur die Weil Habe mich auch kurz erschrocken Ja Ja Um das mal so festzuhalten Übrigens seht ihr Es gibt jetzt keine Lebensreck Bei dir hat man es auch schon gesehen Ne? Da ist übrigens noch ein Skelett Vor deiner Mine Ja wir können das gleich an Angriff nehmen Wenn wir hier So ein bisschen Holz Und jetzt Guten Tag Und guten Abend Ich kann nicht stolz Und nix maden Ja Bitteschön It's the good shit Yay Yes It is the good shit It's the good shit It's the good shit So jetzt kriegt jeder noch ein Eisenschwert Mal eben aufsammeln Flocken geht schon wieder Gassi Ja das sind Strings Ich wollte die mal eben aufsammeln Okay Ähm Erstmal Ich möchte dass wir hier gleich zusammen Etwas anbieten Okay Die Ride oder was? Ja klar Ich hab das nicht wissentlich mitgenommen Aber dadurch dass es ein einziges Die Ride In meinem Inventar war Ist das schon mal lohnenswert Hier hast du ein Eisenschwert Sieht aus wie Klim Was? Ja Schatz Sieht wirklich aus wie Klim Das ist krass Klim hat nie was zu meinem Die Ride Totem gesagt Ich hab Klim auch nie gefragt Das stimmt nicht traurig Ich hab auch nie Klim gefragt Oh ich hab vier Strings Das ist auch nicht schlecht Ich hab auch vier Strings Und vier Fäden im Inventar hab ich auch Ähm Hier haben wir ein Erstes Rotten Flash Hier haben wir noch ein Crafting Tablet Theoretisch müsste ich ein Wasser Einmal noch mitnehmen Das wäre das Wichtige Und eine Schere nehmen wir noch Damit du theoretisch mehr Betten Kommen kannst Ich tu mal in die Truhe mit den Blumen Unten rechts eine Schere mit rein Für den Fall der Fälle So Gut Ich bin ausgerüstet Ich hole noch kurz Wasser Hast du schon Herzen verloren eigentlich? Ja Aber das ist Ich bin noch Ich bin noch minus dreieinhalb momentan Okay gut Ich bin auf minus anderthalb Ja Oh das Skelett ist übrigens tot Ich hab grad seine Knochen aufgesammelt Sehr schön Knochen können wir immer brauchen Gerade für Hundis Hundis sind echt wirklich praktisch So Ich geh wieder in die Mine Gerade Ja Yes Aber liebe Menschen Die Sache mit der Mine Der ja fahrt erst in der nächsten Folge Was da drinnen abgeht Ich hoffe sehr die Folge hat euch gefallen Schaut bei Flocke vorbei Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Wir nehmen uns die Zeit Und drücken den Abo und den Like Button Wenn wir das nicht tun Sind wir traurige Katzen Liebe Menschen Tiere und Doktoren Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Macht das gut Und bis dann Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Rau